Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tales of Arise. Wir beginnen diese Folge mal wieder mit ein wenig Schlafenszeit. Okay, also hier sitzen dann wahrscheinlich irgendwann mal wieder welche. Ja, Pilz. Elementarverteidigung. Ja, Alphen wird jetzt mal gucken. Das hat leckere Grillpilze gemacht. Ach, ist das vielleicht standardmäßig, dass sie da nicht reden? Wenn die keine Ausrufe zeigen haben, kann das sein? Ist das wahrscheinlich so? Wahrscheinlich schon, gell? Oh, heranwachsender junger Mann. Oh lala. Drücke R2, wenn du hochgewirbelt wirst, um zu landen, ohne niedergestreckt zu werden. Aha. Intro. Wieso sind wir so weit weg? Ach du Heilige. Oh Gott. Äh. Vielleicht müssen wir hier mal rangehen. So. Erhöht die Menge. Ja. So, was haben wir jetzt hier? Aufsteigender Phönix. Verursacht Schaden beim Anwender. Wir haben den Schneider. Nutze ich eh nicht so oft. Wahrscheinlich beim Endgegner muss ich das dann machen. Hatten Tritt bei dem Gegner. Das haben wir schon. Einmal in der Luft auszuweichen. Bei Nahtoderfahrung ist immer gut. Ah, Hütherkritischer Schaden. Ja. So, machen wir mal den Alphen heute noch hoch. Nun gut. Wir werden jetzt mal losgehen, denn wir haben ein Ziel. Okay, gut. Wir nehmen den mal mit hier. Weil da hinten ist, ist der Apfelbaum der Wegkrieg. So. Auf. In eine neue. Äh, erdene Masse-Dingenspulance. Jetzt wird fröhlich. Ah. Doch rechts getrückt. Sie sind so stark. Oh, rein. Oh, rein. Wo soll ich jetzt hin? Oh, rein. Okay, warte mal. Wo wollte ich jetzt hin? Ich wollte doch das hier schnell einsammeln. Okay, ich kann nicht widerstehen. Die stoßen eins zwar ständig um. Oh, die sind schon sehr cool. Ich bin schon wieder. Ich bin so viel Furän. Oh, nein. Oh, nein. Ja, Riemann ist Level 20, sehr gut. Da, kam so hin. So, wir nehmen natürlich hier diese Äpfelchen mit. Ich überlege, ob wir jetzt auch langsam mal zu dem anderen hingehen könnten. Zu der Gottesanbeterin, zu diesem besonderen Zeuge. Schnellreisestandort hinzu, Pfariahof, ein Bauernhof, der dank der Trasadio Fernstraße. Ah, hier ist ein Bauernhof. Aha, oh, volle Harvest Moon-Ding, ey. Voll die Harvest Moon-Erinnerung gerade. Man darf aber nicht rausrennen. Kann ich hier Hallo? Kann ich hier Hallo sagen? Oh. Weizen. Oh, was ist hier los? Voll schön hier. Kann ich da hoch? Nee. Okay, auch keine Tierchen da. Was ist das hier? Hm. Okay, ein wunderschöner, alleingelassener Bauernhof. Also, auf meiner Reise zum Bauern werden, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht. Passt irgendwie nicht so zusammen. Bejahter Mann. Hey, geht's dir gut? Ist der tot? Äh, wenn, äh, wenn, wenn, wenn es mir gut ginge, würde ich gewiss nicht doch hier auf der Erde liegen, oder? Äh, ja, so gut wie. Jedenfalls kann ich mich nicht bewegen. Vielleicht ist das ein Zeichen. Sag mal, Junge. Macht's dir was aus, einem alten Kerl zu helfen? Klar, warum nicht? Was schwebt dir vor? Ich hatte gehofft, ihr könntet mich nach Hause bringen. Oh, das ist alles? Das kann ich tun. Wir waren gerade auf dem Weg nach... Nein, da muss ich nicht hin. Mein Haus liegt in der entgegensetzten Richtung zur Stadt. Wirklich? Na gut, wir sind so weit gekommen. Schätze, spring nicht nach Hause. Schön zu wissen, dass es in diesen schwierigen Zeiten doch noch gute Seelen gibt. Ich sehe großes Potenzial in dir, Junge. Äh, ich bin nichts Besonderes. Ich versuche nur mein bestes, alter Mann. Ich sollte erwähnen, dass auch mein Rückenschmerz... Könntest du mich bitte tragen? Entgegengesetzt? War es schon müde? Da hätte ich echt mehr von dir erwartet. Trotzdem weiß ich deine Hilfe zu schätzen. Junge, wenn du nicht aufgetaucht wärst, hätte ich mich schon längst an Zeugen verspeist. Nicht der Rede wert. Trotzdem bist du schwerer, als du aussiehst. Was zum Teufel schaufest du alles in dich rein, alter Mann? Ha, gute Frage. Ich heiße Bogdell. Ich leite diesen Hof und er verschafft mir einen vollen Magen, wenn auch sonst nichts. Einen Hof? Du weißt nicht, was ein Hof ist, Junge? Was glaubst du denn, wo das ganze Essen in den Städten herkommt? Es geht darum, dass Leuten wie ich fürs Essen aller Sorgen, sowohl für den Näher als auch für Renäher, Wie auch immer, ich schulde dir eine Kleinigkeit, weil du mich in einem Stück hierher gebracht hast. Ist schon gut, du schuldest uns nichts. Ach was, ich muss mir nur was überlegen. Ich habe hier nicht viel zu entbehren. Ich hab's. Ihr könnt diesen Hof hier so nutzen, wie ihr wollt. Was, bitte was? Das Vieh hier gehört ganz euch. Verdammt, ich werde mich sogar darum kümmern. Wie klingt das? Das ist nett von dir, aber ich weiß nicht das geringste übers Halten von Tieren. Du kriegst das schon hin, keine Sorge. Die Tiere lieben Leute wie dich. Ich bin sicher, du wirst dich gut um sie kümmern. Passiert das gerade wirklich? Das frage ich mich aber auch wirklich. Passiert das wirklich? Bauernhof Vieh züchten Du kannst Vieh züchten, um Zutaten fürs Kochen zu erhalten. Stelle Vieh, das du züchten willst, in den Stall und füttere es. Füttere gekauftes Futter, um schneller mehr Vieh zu züchten. Wächst dein Vieh, erhältst du mit der Zeit Zutaten. Vieh schützen Vieh kann von streuenden Zäugeln angegriffen werden. Auch Mäuse können in den Stall gelangen, wodurch das Vieh nicht wächst. Postiere einen Wachhund, um streuenden Zäugel fernzuhalten. Eine Wachkatze, damit weniger Mäuse auftauchen. Quest abgeschlossen. Ich habe jetzt einen Bauernhof. Wieso habe ich denn jetzt einen Bauernhof? Ich meine, ich liebe Harvest Moon und so, aber... Was? Äh, Lor hat jetzt scheinbar einen Bauernhof und nicht ich. Um ein gesundes und glückliches Tier groß zu ziehen, muss man ihm vor allem viel Liebe schenken. Tiere spüren, wenn man sie gütig behandelt. Tiere reagieren empfindlich auf Veränderungen in ihrer Umgebung, kümmern euch gut um sie, damit sie keine Angst haben. Vieh bewachen. Ich habe doch Wachen. Vieh aufziehen. Kuh. Kuh. Huhn. Schwein. Was, hattet ihr schon genug? Wir gehen jetzt mal zu unseren Viechern. Hallo, Mumu. Pack, 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 pack. Und Schweinies. Okay. Oh, unsere Wachkatze. Wieso kann ich dich nicht streicheln? Ist so gemein. Noch eine reine Wachkatze. Oh, ein Wachhundi. Hallo. Hallo. Wieso könnt ihr euch nicht streicheln? Was ist mit dir? Und mein gesundes? Ach ja, 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 das weiß ich doch. Nein. Ja, ich hatte schon genug. Ich muss jetzt los. Es ist nur Teilzeit, das mit diesem Bauerhof. Wahrscheinlich werde ich das eh nie machen, weil ich das immer nur das nehme, was ich gerade auf Lager habe von Essen her. Naja. Hier ist irgendwo was, was ich einsammeln kann. Die Hühnchen. Ach, hier Milch. Zapf mal. Milch. So, wir haben gezapft. Welch prächtiges Tor das doch ist. Hä, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Die sind alle voll glücklich. Wir müssen wieder gehen. Oder ziehen die die Energie aus denen, weil die so glücklich sind? Wir müssen wieder gehen. Du musst du mal, wie man da alles richtig fühlt. Das sind wir, wie man sich jetzt nicht in der Augen hat. Ja, bitte. Du musst du es nicht. Wenn du da. Was ist das? Ich bin auf jeden Fall. Ich bin wirklich. Ich bin, ich bin hierherz. Oh Gott, we call it Basicsi. ティオハリム様が鋭に就任されてから一切が変わったのです ティオハリム? あの方が来られてからダナ人は初めて人間として扱われるようになりました この国のダナ人たちはみなティオハリム様をしたいティオハリム様のために望んで働いているのです レナの鋭のために自分から望んでって信じられない どうぞご自分の目で確かめてください どこへ行くのも自由ですから 何かあればいつでもどうぞ どうしたんだ?難しい顔して 俺たちはここを解放しに来たはずだ うん なのにここのダナ人は喜んで働いている ここに壊すべき壁はあるのか 同じことよ どの道私たちは鋭のもとに行くのだから それはそうだが せっかく自分で確かめてみろって言われたんだ 少し見てみろってみよう それでも何かわかるかもしれないし OK, also wir sind wirklich in Basings hier angekommen 本当にみんな笑顔だね こんなにかきなる街は初めてだ あ、私はあなたを読んでいるのかもしれない Was ist das für Lord? Das ist Winswisszind, Hauptstadt von Elde Menantia. Eine wunderschöne, grüne, friedliche Stadt voller Leben. Das eindrucksvollste Wahrzeichen ist der Autelina-Palast, das Anwesen von Lord Dohalin. Dank seiner Politik können wir unser Leben frei von Unterdrückung leben. Kann ich euch mit etwas anderem behilflich sein? Ist ziemlich voll hier. Allerdings, das macht die Stadt so besonders. Theoretisch sind wir immer noch Sklaven, aber wir werden angemessen für unsere Arbeit bezahlt. Alle arbeiten alle gern. Der Marktplatz floriert und Sorgen ums Essen oder eine Unterkunft gehören der Vergangenheit an. Das verdanken wir alles Lord Dohalin's Reform. Nun denn, kann ich euch sonst behilflich sein? Können wir uns hier irgendwo ausruhen? Ah, ihr müsst müde von der langen Reise sein. Geht einfach die Treppe hinter mir hoch und ihr findet ein Gasthaus direkt auf eurer Rechten. Vor der Tür steht immer eine Ausruferin. Ihr könnt es kaum übersehen. Auch die Betten sind vortrefflich. Also kann ich euch wärmstens empfehlen, dort zu nächtigen. Und gut, danke. Das ist echt Passing See. Verzeihung, ich scheint nicht von hier zu sein, oder? Ja, wir sind aus der Stadt gekommen. Warum? Verzeihung wegen des unerwartenden Vorschlags, aber ihr habt nicht zufällig Granitzähnen dabei, oder? Sie stammen von Wildschwein-Zeugel-Stoßzähnen, die man außerhalb der Stadt findet. Du suchst nach Zeugel-Stoßzähnen? Wozu brauchst du die, um aus ihnen Waffen zu machen? Sonne! Oh, nichts dergleichen. Die Stoßzähne ändern aber ihre Farbe, wenn sie auf Gift stoßen. Das aus diesen Stoßzähnen hergestellte Essgeschirr ist sehr beliebt im Autelina-Palast. Also möchte ich mir mehr von denen besorgen. Was hat dort jemand Angst, vergiftet zu werden? In der Renésien-Gesellschaft werden Hierarchien respektiert. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass jemand versucht, einen Adeling zu vergiften. Noch nie habe ich gehört, dass sowas jemals passiert wäre. Es hat jedoch Tradition im Palast, die Stoßzähne als eine Art Kuriosität anzubieten. Ich habe versucht, die Wachen um Hilfe zu bitten, aber leider scheinen sie mit dringenderen Angelegenheiten beschäftigt zu sein. Wenn ihr also zufällig Granitzähne dabei habt, würde ich gerne um vier bitten. Vier Granitzähne überreichen. Klar, so viele können wir abgeben. Wunderbar, vielen Dank, der Herr. Jetzt habe ich genug, um mehr Geschirr herzustellen. Oh, du stellst also auch her? Würde es dich stören, wenn ich dir irgendwann bei der Fertigung zuschaue? Klar doch, bitte besuch mich, wann auch immer es dir passt. Ich würde mich freuen, wenn du ein paar der Stoßzähne auch in... So, doch. Alphen. Egal, wir ziehen jetzt weiter. Gut, nochmals vielen Dank für eure Großzügigkeit. Hörer zum Verkosten. Ui. Das ist aber gut bezahlt worden jetzt hier. Oh, er ist weg. Es ist zufriedlich. Das ist es wirklich. Glaubst du, Lord Dohalim bleibt hier für immer? Äh, ja, braucht ihr etwas? Wenn nicht, könnt ihr bitte jemand anderen stören. Ich habe gerade zu tun. Ach ja, was denn? Ach, der ist bald wieder auf dem Bein. Er wurde für eine schwere Krankheit in eine medizinische Einrichtung gesteckt. Glaubst du wirklich, dass er wieder gesund wird? Er sah schlecht aus, wirklich schlecht. Die Einrichtung nutzt René's Technologie. Ich bin sicher, er ist in guten Händen. Aber, ach, ich weiß ja nicht. Aha. Sie sperren sie also ein. Bringen sie in ihr. Sehr gutes Krankenhaus, würde ich sagen. Die Aussicht hier ist fantastisch. Die Stadt wurde über dem riesigen Wald gebaut. Selbst mit den riesigen Gebäuden obendrauf gibt er nicht nach. Der Typ von den Panzersoldaten meinte, das liegt daran, dass dies das Reich der Erde ist. Aha. Interessant. Da liegt ja auch was. Ach, da in der Ecke. 500 Geld. Hier liegt ja auch immer so Geld rum. Und Rind liegt ja auch einfach so rum. Willkommen in unserem Gasthausladen. Hä? Warum er so heißt? Das Gebäude auf der anderen Seite ist ein Gasthaus. Darauf weise ich mit dem Namen hin. Dann empfiehlt das Gasthaus den Gästen meinen Laden. So profitieren beide Seiten. Was für ein Fuchs. Das ist die Schreierin. Was ist das? Ist das eine müde aussehender Kunde? Direkt hinter dem Laden befindet sich ein perfektes Gasthaus. Während ihr da draußen schwafelt, könnt ihr auch in den vielleicht besten, erholsamsten Betten der Stadt schlummern. Miese Katz. Und eine Watte. Das ist aber kein Se... Hä? Was ist mit denen los? Dornen. Shions Fluch. Die Dornen. Seltsame Gesellschaft. Das ist ein Schaft. Die sehen hier echt alle voll glücklich aus. Der sieht verdächtig aus. Der sieht aus wie Streuner. Von Herderinge hin. Arangören. Ich bin der örtliche Schmied in dieser Gegend. Wenn ihr die nötigen Materialien habt, kann ich euch so gut wie alles schmieden, was ihr braucht. Waffen fertigen. Oh. Oh, das kann ich Donnernagel. Sturmflügel. Das will ich gerne haben, bitte. Boah, was ein Ding, ey. Schwarzdorn. Boah. Bei ihr kann ich sogar das nehmen. Nee, ich kann gar nichts nehmen. Oh. Ihm kann ich ja nicht mal was Gutes tun. So. Wir haben kein Geld mehr. Wir sind geldlos. Toll. Das kann ich aber ihm gar nichts mehr machen. In Menantia gibt es zahlreiche Mineralien zu finden. Deshalb ist es der perfekte Ort für mich, um die Schmiedekunst zu erlernen. Ach, du bist, du lernst nur. Äh. Zu behör aufwerten. Hab ich nicht. Kann ich nichts. Hm. Wir sehen uns. Ich bin hier und verfeinere meine Fertigkeiten, bis ihr mich braucht. Äh, ja. Warte mal. Ausrüstung. Stichemblem. Hier. Hier hätten wir mehr KP. Aber ansonsten ist alles irgendwie blöd. Nee, jetzt ist es blöd, okay. Also, schwarzer Onyx würde tatsächlich bei ihm was bringen. Oder Angriff. Krieger im Plen. Bei ihm würde er sich alles was bringen. Können wir ihm nicht auch das Krieger-Emblem geben? Ah, da geht aber die Durchdringung zurück. Okay. Na gut, nun gut. Dann hat er das eben halt. Outfits haben wir, glaube ich, keine. Dann haben wir dasselbe. Geteilte Bob-Frisur. Gegehlte Haare. Okay. Gut. Bäschenfäuste. Wir haben ja nur das. Ah, Waffenskin. Ach, du Heilige. Ich muss ja gar nichts mehr austauschen können. Die sehen schon sehr cool aus. Aber ich spiele irgendwie die hier. Strahlendes Licht. Wir essen nur das Erdbegrörend. Wasserzähmung. Nee, ich will das hier. Schwarzdorn. Glutgebrüll. Das sieht krass aus, als wie ich. Edelasche könnte man dazu anziehen. Passt aber unsere Hutel nicht mehr dazu. Wir behalten mal das Purpur. Sündenschlechterklinge. Sündenschlechterklinge. Nehmen wir die mal. So, wir haben uns wunderbar umgezogen. So, bevor wir jetzt hier schlafen gehen. Wie immer. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Und morgen schauen wir uns mal weiter in der Stadt um. Und versuchen herauszukriegen, warum die alle so glücklich sind. Aber ich ahne schon, dass es etwas mit diesem ominösen medizinischen Anstalt, das mit diesem Krankenhaus zu tun haben muss. Wo die dann praktisch ausgemustert werden. Mal schauen, wie es weitergeht. Bleibt gesund. Habt einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüss.